Hey Leute, in diesem Video zeige ich dir drei neue Gadgets, die uns viel Freude bereiten werden. Wir gucken uns ein fliegendes Surfbrett an, ein Pflaster, das schnell Schmerzen lindert und ein Wingsuit, der den Traum vom Fliegen neu erfindet. Und nun viel Spaß mit diesem Video. Waydo Flyer One Das robuste Antriebssystem des Waydo Flyer One befördert den Nutzer fast wie von Zauberhand über das Wasser. Optisch erinnert das Sportgerät an ein Stand-Up-Pedalboard mit zusätzlicher großer Finne und einem Motor dran. Geübte Fahrer können mit bis zu 40 kmh über das Wasser rauschen und erleben den ultimativen Wasserspaß. Mit einer Akkulaufzeit zwischen 55 und 85 Minuten ist der Akku groß genug, um nicht nur kurze Ausfahrten zu unternehmen. Der Flyer One überzeugt mit seiner Durchdachtheit. Diese schlägt sich nicht nur im Design nieder, denn auch die Technik ist beeindruckend. Die rutschfeste und strukturierte Kohlefaser ist das perfekte Material. Man ist nicht nur schnell und leise unterwegs, sondern auch völlig emissionsfrei. Der Jet One Controller ist die Fernbedienung für die verbaute Technik. Hier kann auf einen Blick auch die Geschwindigkeit und der Akkuladestand abgelesen werden. Die 24 Gänge sorgen für ein angenehmes und gleichzeitig sicheres Fahrgefühl. Der leistungsstarke Akku kann in nur 2 Stunden wieder komplett vollgeladen werden. Der Flyer Pot ist ein aufbausbarer Ring, welcher Anfänger mehr Stabilität bietet. Sollte der Fahrer ins Wasser fallen, so schaltet sich der Motor automatisch ab. Kylo Kylo ist ein Pflaster, welches schnelle Schmerzlinderung dank positiver Beeinflussung des Nervensystems verspricht. Kylo verzichtet im Gegensatz zu anderen schmerzreduzierenden Methoden komplett auf süchtig machende Stoffe, invasive Verfahren oder elektrische Impulse zur Schmerzlinderung. Ähnlich einem Pflaster wird Kylo auf die Haut geklebt und entfaltet dort seine Wirkung. Die Wirkungsweise von Kylo ist besonders interessant. Denn das Pflaster gegen den Schmerz interagiert mit dem elektrischen System des Körpers. Dieses sorgt dafür, dass die Signale des Nervensystems vom Gehirn in den Körper zurückgeleitet werden. So wird es erst möglich, dass wir uns bewegen, denken und fühlen können. In jedem Exemplar von Kylo stecken nun Milliarden an Nanokonsentratoren, die dem Körper helfen, klar zu kommunizieren und dadurch Schmerzsignale zu reduzieren. So wird die Erholung beschleunigt, die Flexibilität verbessert und die natürliche Beweglichkeit kann wieder zurückerlangt werden. Bei der Anwendung kann es sogar passieren, dass Kylo zu Beginn warm wird, wenn die Reaktion des Nervensystems stattfindet. Um die optimale Wirkung zu erzielen, wird Kylo zwischen die schmerzende Stelle am Körper und dem Gehirn platziert, um dort die Weiterleitung der Schmerzsignale positiv zu beeinflussen. Die Wirkung hält an, solange Kylo getragen wird. Der Effekt lässt jedoch auch nach dem Entfernen nur langsam nach. Ob das funktioniert? Ich bin mir nicht sicher. Die Zukunft wird zeigen. Electrified Wingsuit Die BMW Group präsentiert diesen Wingsuit und läutet damit ein neues Zeitalter des Fliegens für den Menschen ein. Für den Antrieb sorgen zwei ummantelte Carbon-Propeller. Die Gesamtleistung liegt bei 15 kmh und steht dem Nutzer für maximal 5 Minuten zur Verfügung. Doch nicht nur der Impeller ist neu, sondern ebenfalls der Wingsuit, der zusammen mit ihm zum Einsatz kommt. Im Zusammenspiel ist es dann möglich, nicht nur die üblichen 100 kmh als Wingsuit-Flieger zu erreichen, sondern 300 kmh. Den Flug, den Peter Salzmann in Österreich absolvierte, führte ihn über den höchsten der Gipfel der drei Brüder. Damit konnte er im Bergmassiv beweisen, was mit Hilfe der Elektromobilität möglich ist und es immer noch Träume gibt, die Realität werden können. Zugegeben, dieser Wingsuit wird nur für Extremsportler zugänglich sein. Aber dennoch halte ich es für möglich, dass dieser Wingsuit einen neuen Trend auslösen wird.